. Super! Komm! Stehen bleiben! Wenn man mit Hund irgendwo in der Reihe steht, oder mit zwei Hunden, das macht mehr aus als mit 20 Menschen. Bleiben, bleiben stehen! Bleiben, bleiben stehen! Hey, Champi! Polizeioberkommissar Rüdiger Müller hat einen neuen Diensthund. Beziehungsweise soll das mal einer werden, wenn er groß ist. Champ, ein belgischer Schäferhund, ist gerade fünf Monate alt und beginnt seine Ausbildung bei der Polizei. Über das Welpenprogramm konnte Rüdiger sich seinen zukünftigen Kollegen sogar aussuchen. Der Züchter hat gesagt, ich soll mir den Wurf mal anschauen. Und der kleine Kerl war eigentlich der Erste, der mir ins Gesicht gesprungen ist und mein Gesicht abgeleckt hat. Ja, und dann war es eigentlich schon so, dass ich gesagt habe, okay, das passt, den nehme ich. Er ist sehr groß. Also man konnte schon als Welpe sehen, dass das ein großer Rüde werden wird. Und das hat sich bisher auch bewahrheitet. Also er ist ja noch lange nicht ausgewachsen und der wird also sehr, sehr kräftig und sehr, sehr groß werden. Super! Hey! Ein wichtiges Unterrichtsfach in der Grundschule der Polizeihunde ist das Umwelttraining. Champ soll viel sehen und lernen, sich in einer unbekannten Umgebung sicher zu bewegen. Nicole Widor ist Ausbilderin bei der Hundestaffel in Braunschweig. Jetzt geht's los! Komm her! Kippel ruhig weiter! Ja! 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 Fein! Fein! Jawoll! Ja! Genau! Genau! Fein! Versuch mal ihn runterzukriegen. Na komm! Alles gut! Ist er auf dem Boden? Ja, sieht er dann auch nicht. Alles bestens! Aus Champ soll ein Schutzhund und später ein Spezialist für die Rauschgift- oder Sprengstoffsuche werden. Er muss lernen, sich hundertprozentig auf eine Sache zu konzentrieren. Alles gut! Dass er da gar nicht so drauf eingeht, ne? Ja, ja. Ignorieren, ne? Fein! Fein! Aber Zug hat ihn nicht interessiert? Nee, deswegen hab ich ja gedacht, mach weiter, Bewegung drauf, ne? Du musst ja gar nicht mit der Nase draufstoßen, da fährt jetzt ein Zug weg. Wenn alles klappt, wird Champ in einem Jahr Rüdigers Diensthund und sein alter Hund geht in Rente. Es ist ja alles normal, alles gut. Nur erfahrene Hundeführer bekommen ihren vierbeinigen Partner schon als Welpen. Die meisten übernehmen ihre Diensthunde erst nach der Grundausbildung mit etwa einem Jahr. Also Champ ist auf jeden Fall ein völlig anderer Typ als mein jetziger Diensthund. Er ist wesentlich einsinniger, starkköpfiger. Also mein letzter Diensthund ist halt sehr einfach gewesen, sag ich mal so von der Ausbildung her. Der wollte mir immer gefallen, hat immer das getan, was ich gerne möchte. Und er ist schon so, dass er sagt, mach ich für dich, aber überzeug mich erst mal. Am nächsten Tag werden Rüdiger und der zukünftige Pensionär Asko zu einem Einsatz gerufen. Der holländische Schäferhund macht seit neun Jahren Dienst an Rüdigers Seite. Oben in der Wohnung eines Verdächtigen wartet die Kripo auf das Spezialteam. Asko ist einer von 60 Rauschgifthunden in Niedersachsen und soll die Räume nach Drogen durchsuchen. Platz. Platz. Asko Platz. Such. Treffer. Gleich im ersten Raum erschnüffelt Asko Reste von Marihuana in einer Dose. Wenn er schon irgendwas in der Nase hat, wenn er eine Wohnung betritt und für ihn schon klar ist, es riecht hier irgendwie nach BTM. Das merkt man bei dem Hund ganz deutlich. Dann ist er aufgeregter, er ist wesentlich aufmerksamer. Such. Hier rein. Hier. 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 Hier hin. Hier. 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 Oh. Hier. Am Nachbarzimmer finden Asko und Rüdiger noch einige Hanfsamen und ein paar Pflanzen stehen auf dem Fußboden. Ja. Feiner. Feiner. Ja. Zur Belohnung bekommt Asko von Rüdiger sein Lieblingsspielzeug. Fazit des Einsatzes. Den Ermittlern ging heute eher ein kleiner Kiffer als ein großer Fisch ins Netz. Das liegt auch noch, da hat er was drin gehabt, Marihuana. Das stinkt ohne Ende. Sonst der Rest war sauber. Drüben die Pflanzen noch. Gut. Sonst war sauber. Dieses Behältnis, was nach Marihuana stinkt, war hier oben im Regal. Okay, gut. Gut gemacht. Gut gemacht. Feiner Junge. Alles gut. Ich denke mal, wenn das Team nicht ein Team ist, dann funktioniert die ganze Geschichte nicht. Weil es ist ja nicht nur jetzt wie bei ihm die Rauschgiftsuche, sondern unsere Hunde sind ja auch Schutzhunde. Und wenn ich mit ihm irgendwo im Dunkeln bin oder bei Demonstrationen, Fußball einsetzen, muss er ja auch mir zur Seite stehen und mich verteidigen. Also da muss schon irgendwo das Vertrauensverhältnis sein. Bevor Champ in dunklen Hallen oder engen Fluren seinen Job als Spürhund macht, braucht er eine solide Grundausbildung. Er lernt vor allem durch seine Neugierde und den Spieltrieb. Geh weiter. Einfach weitergehen. Einfach weitergehen. Bei diesem Ausflug in den Zoo geht es darum, Champ zu zeigen, dass auch große Tiere wie Kamele oder aufdringliche Esel gar kein Grund zur Aufregung sind. Jetzt weiß er auch nicht so genau, was er machen soll. Er kann das nicht wechseln. Die sind größer als er. Ja, und irgendwo. Und jetzt tastet er sich halt langsam ran. Alles gut. Eine gewisse Verunsicherung da. Und jetzt kann man halt einfach nur durch Ruhe und zeigen, ihm den Stress nehmen. Fein. Was der junge Hund einmal gesehen hat, kann ihn später im Polizeidienst nicht mehr aus der Ruhe bringen. Ich glaube, der denkt einfach, das sind aber komische Hunde. Das wird er jetzt nicht wechseln können, weil er kann mit den Tieren ja gar nichts anfangen. Jetzt kommt noch einer von oben. Aber er ist da völlig offen und klar. Die sind also für ihn in Ordnung. Ist ja auch ein Zorn dazwischen. Er soll die kennenlernen, die Tiere. Und dann soll er sich neutral verhalten den Tieren gegenüber. Aber da uns in den Wohnungen einiges erwartet, ist es gar nicht schlecht, auch mal solche Tiere zu sehen. Dass er es wenigstens mal gesehen hat, ne? Nein, 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 nein. Komm. Nein. Hier, Tiger spielt mit einem Ball. Ne, mit einer Tonne. Komm hier. Ach so, das kann auch sein. In Aarbergen bei Hildesheim findet die Ausbildung von Schutz- und Spezialhunden für die Polizei statt. Burkhard Wohle ist seit fünf Jahren Ankäufer. Jeden Diensthund in Niedersachsen hat er seitdem Handverlesen für den Polizeidienst ausgesucht. Über 200 tierische Polizisten sind im Dienst. Ob Champ auch bald dazu gehört, wird sich vielleicht schon heute entscheiden. Es steht an, die erste Sichtung. Es ist bei uns vorgeschrieben, dass wir die Hunde von hier aus sichten, einmal mit einem halben Jahr und einmal mit einem Jahr. Und dort soll eigentlich nur festgestellt werden, ob er letztlich polizeidiensttauglich oder in den Polizeidienst übernommen werden kann. Und diese erste Sichtung ist halt ganz grobe Anhalt. Und dann sagt, wird das schaffen oder wird das nicht schaffen? Lohnt sich die weitere Ausbildung noch? Oder sagen wir einfach, ja, also das ist gar nichts. Und dann müssen wir ihn eventuell dann schon jetzt verkaufen. Champ muss heute beweisen, dass er das Zeug zum Diensthund hat. Das ist eine Anspannung. Man weiß, es geht ja eventuell schon darum, ob der Hund überhaupt weitergeführt wird oder nicht. Und insofern ist man natürlich, weil man sich an den Hund gewöhnt hat, auch angespannt und denkt, macht er heute alles so, wie er es machen soll? Warte erst und nicht noch festhalten, den Hund? Champ trifft hier auf viele Situationen, die ihn später im Dienst erwarten. Der Spieltrieb ist gefragt. Um sein Spielzeug zu bekommen, dürfen ihn steile Treppen, dunkle Keller und Hindernisse jeglicher Art nicht abhalten. Ein guter Polizeihund hat Ausdauer und gibt nicht auf, bevor er sein Ziel erreicht hat. Champ möchte das Spielzeug zwar schon gerne haben. In einem echten Einsatz müsste er aber deutlich mehr Biss zeigen. Für den Polizeidienst reicht das noch nicht. Der Hund tut sich ein bisschen schwer. Man hat es gesehen. Ist auch ungewohnt. Taschen drauf auf den Tischen. Das ist nicht so einfach. Aber er hat sich dann drauf gequält. Und beim zweiten Anlauf ist das überhaupt kein Problem mehr. Er bleibt dran. Das ist wichtig. Und in dem Alter sollte man einfach darauf achten, dass man jetzt vielleicht noch mal ein bisschen trieblich noch ein bisschen was drauflegt. Dass das also noch besser wird. Champ! Hier, komm her! Champ! Hier, komm her! Am Nachmittag geht die Prüfung weiter. Jetzt wird die Unterordnung geprüft. Wie läuft die Verständigung zwischen Hund und Herrchen? Hier kommt es vor allem auf Teamwork an. Jawohl, feiner Junge. Auch wenn Champ erst sechs Monate alt ist, muss er jetzt zeigen, dass Polizeihunde, die bellen, auch beißen, wenn es sein muss. Halt! 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 Ja! Also, langer Tag geht zu Ende. Ja! Was mir bei dem Hund gefällt, ist seine Trittsicherheit. Er hat also keine Umweltprobleme. Er hat in der Gruppe keine Probleme. Er erschrickt sich nicht so leicht. Und wenn er sich ein bisschen erschrickt, läuft er nicht weg. okay ist dabei ja spielen hat er stark begonnen und dann wurde das kontinuierlich wirklich weniger ja je mehr das an die nerven ging diese geschichte und auch je länger das dauerte das hat mir nicht so gefallen als da sollte der hund deutlich mehr können dann müsst ihr deutlich nacharbeiten dass er wirklich was für sein spielzeug auch tut dass er aktiver wird insgesamt du musst ihn mehr auf dich ziehen mehr auf dich prägen der hund muss mit dir gemeinsam arbeiten und nicht einfach nur das machen was du ihm sagst er muss zu dir kommen insgesamt eine befriedigende leistung so ja dass man sagt okay das lohnt sich schon weiterzuarbeiten bis wir in einem mit einem jahr genau die zweite sichtung machen ja okay wochenende kein dienst mit seiner frau und den töchtern wohnt rüdiger müller in der nähe von braunschweig auf dem land seine beiden polizeihunde sind familienmitglieder sie fahren mit in den urlaub und dürfen abwechselnd auch mal mit ins haus trotz seiner größe ist champ noch lange nicht erwachsen gerade verliert er seine milchzähne und er sucht noch seine rolle im familienrudel also typisch welpe da merkst du dann auch dass er wirklich noch kind ist total die beiden müssen sich zusammenraufen die zeit läuft champ braucht klare ansagen nein runter ja also er ist jetzt auch frecher geworden ganze ecke gegen merke ich auch beim alten hund der war ja früher immer noch sehr unterwürfig und und hat sich da ja nachrangig verhalten und jetzt ist es doch so dass er schon versucht ihn zu dominieren und zu bestimmen und der stärkere zu sein ganz klar und erst sehr eifersüchtig also wenn die beiden draußen laufen und ich rufe den alten dann versucht er zu verhindern dass der alte hund zu mir kommt weil ich soll ihn nur streicheln also er ist sehr eifersüchtig die vertragen sich so die laufen auch zusammen aber wenn einer gestreichelt wird dann eher von dir ist die rede so komm her wir holen asko raus komm in zwinger sind die beiden hunde nur nachts nimm ein stöckchen mit überhaupt sind polizeihunde keine kampfmaschinen sondern ganz normale hunde na kleiner zu spielen allerdings sollten sie mutig sein schnell im kopf sportlich und nervenstark asco bleibt bis zum ende seines hundelebens hier in der familie und wenn in einem jahr der kleine champ den job bei der polizei übernimmt kann asko den verdienten ruhestand genießen dafür muss die nächste prüfung bei champ aber besser laufen und so verbringen die dann manchmal stunden im garten bis es dann irgendwann gut ist und dann was natürlich schön ist dass sie so vertragen also es wäre andersrum wäre es ein problem wenn man jeden einzelnen weg sperren muss dann ist es immer sehr schwierig so ist angenehmer es ist ende dezember ein halbes jahr später rüdiger müller und sechs weitere hundeführer sind mit ihren diensthunden am eintracht stadion falls die braunschweiger fans oder die gäste sich daneben benehmen champs ausbildung läuft quasi nebenbei rüdiger macht mit asco ganz normal seinen dienst und champ darf als azubi bei den verschiedenen einsätzen der profis die halbe stunde vor dem anpfiff nutzen rüdiger und nicole hier ist feiner ja feiner komm her rein hier komm dankeschön ist mir alles egal ne irgendwie ja heute fußballspiel letztes spiel der saison und ich bin mit asco hier unter anderem mit asco und anderen hundeführern um die veranstaltung mit zu schützen und mit champ mache ich jetzt im vorfeld also vor dem spiel ein bisschen umweltgewöhnung dass er das hier mal kennen lernt die ganze kulisse den lärm die andere umgebung weil es ja für ihn neuland ist er war noch nie im stadion und dass er das einfach mal kennen lernt für die diensthunde führer und die hunde gehört warten zum alltag sie werden erst angefordert wenn bei den kollegen der bereitschaftspolizei die situation eskaliert das kann manchmal schon sein dass wir den ganzen einsatz warten müssen oder im grunde weniger zu tun haben es gibt aber auch einsätze wo man im grunde sehr viel zu tun haben das kann man vorher nie genau abschätzen es hängt ja immer davon ab wie die fans sich verhalten noch müssen rüdiger und asco keine randalierenden fans trennen die letzten spiel minuten es steht unentschieden rüdiger holt asco aus dem wagen die zwei wollen bei der abreise der kaiserslautern fans präsenz zeigen heute bleibt alles ruhig alles gut also das ist schon sehr sehr effektives einsatzmittel wenn man mit hund irgendwo in der reihe steht oder mit 200 macht mehr aus als mit 20 menschen zwei monate später champs nächste prüfung steht an er ist jetzt ein jahr alt und noch lange kein polizeihund burkhard wurde will sich heute den stand seiner ausbildung anschauen wieder wird seine motivation beim spielen geprüft ein ausgeprägter spiel trieb ist die wichtigste voraussetzung für eine erfolgreiche suche nach sprengstoff oder rausgift mal sehen wie er reagiert ja super prima wir machen jetzt noch mal dunkles treppenhaus und dann gucken wir mal ob er nicht mal was finden was er nicht macht ich bin sehr überrascht dass das dass er das also wirklich in so einer intensität macht das finden wollen das haben wollen das suchverhalten und auch diese lösung er sucht sich lösungen es macht nichts aus dass hier was durcheinander steht die umwelteinflüsse überwindet er weil er es eben auch haben will rüdiger hat hart trainiert mit seinem champ und den eigensinnige welpen mit spielen und loben für neue aufgaben begeistert jawohl jawohl cool komm her komm her hast du so gut gemacht ja hast du so gut gemacht ja schlapp schlapp hier trink noch ein bisschen also hat er richtig gut gemacht mehr als ich erwartet habe mehr geht nicht wenn alles andere auch so läuft wird das ein schöner tag polizeihunde müssen ihren job notfalls auch allein machen ob champ dafür genug mut hat ja er ist jetzt angebunden ist im grunde ohne mich und muss sich dort selbst behaupten das heißt wenn jetzt irgendein fremder drangeht soll er im grunde schon zeigen du gehörst hier nicht hin und geh weg also dieses selbstvertrauen das sollte er jetzt haben auch auch Die Schuhe! Bleib mal neben stehen. Wir lassen ab, ne? Ablassen? Ja. Bleib nicht stehen. Freit mich ruhig, aus! Schöne wuchtige Angriffe, gut vorgearbeitet. Reicht mir. Wenn der Doktor sein grünes Licht gibt, geb ich's auch. Doktor Gerhard Schulze ist seit vielen Jahren der Tierarzt der Hundestaffel. Willst du ihn alleine nehmen? Ja, jetzt am besten. Okay. Champ liegt schon in Narkose. Für die Röntgenuntersuchung ist das notwendig. Er kann in der Prüfung am Vormittag noch so gute Leistungen gezeigt haben. Wenn Doktor Schulze jetzt irgendetwas findet, hat er keine Chance, bei der Polizei weiterzukommen. Und ein komplettes Jahr Arbeit war umsonst. Einige Kandidaten fallen tatsächlich hier noch durch das Raster. Ob das Knochengerüst in Ordnung ist, kann der Tierarzt erst jetzt, im Alter von einem Jahr, zweifelsfrei beurteilen. Ja. Ach so, ja. Aufnahmen auswerten. So, jetzt können wir hier mal gucken. Und wir sehen, ich weiß nicht, ob Sie das jetzt so mitkriegen, eine Tip-Top-Hüfte. Ja. Ja. Die ist also Bock. Rüdiger, kannst du wirklich froh sein, stolz sein. Eine super Hüfte. Hier gibt es auch nicht die Spur dran zu deuteln. Schön. Ganz prima. Oh, das habe ich auch nicht alles erwartet. Gerd, ich weiß, ich weiß. Mir fällt auch ein Stein vom Herzen. Ne, das ist in Ordnung so. Ja. Für jeden Hundehalter ist das ein ganz entscheidender Moment. Ich kenne das also von meinen Hunden selber. Das ist immer ein ganz spannender Augenblick. Wie ist die Hüfte? Weil erstmal für die Zucht dürfen also nur hüftgesunde Hunde eingesetzt werden. Und fürs Arbeiten hinterher ist das ganz wichtig, weil man steckt ja viel Arbeit rein. Und man trainiert mit den Hunden und man hat ja auch immer so ein bisschen Hoffnung, Mensch, das wird mal ganz guter. Und dann plötzlich so, das sind keine Erkrankungen, die sofort ihr Krankheitsbild zeigen, sondern das ist ein Prozess, der sich erst im Laufe der Jahre entwickelt. Und dann hat man so viel Arbeit in den Hund reingesteckt, Hoffnung reingesteckt. Und dann plötzlich merkt man, Mensch, der Hund, der hat Schmerzen, ihm fällt das schwer. Ja, und dann fängt man an und dann sieht man und dann ja, es liegt an seiner Hüfte. Und dann ist natürlich für alle Beteiligten, der Hund kostet dem Staat Geld. Er muss wieder ein neuer Hund angeschafft werden. Wo bleibe ich mit dem Hund? Es treten dann eine ganze Menge neue Probleme auf. Ja, und man unterschätzt das immer, so ein Diensthund bei der Behörde, die physische und psychische Robustheit der Hunde, die ist ganz, ganz wichtig. Eine riesige Hürde hat das Team heute genommen. Champ bleibt weiter in der Ausbildung. In einen echten Einsatz darf er erst, wenn er auch die Diensthundeprüfung besteht. Rüdiger nimmt sich am Nachmittag Zeit für einen ausgiebigen Spaziergang mit Asko. Asko ist bald Pensionär und wird in Rüdigers Haushalt seinen Lebensabend verbringen. Naja, es ist schon irgendwo ein emotionaler Moment, weil wir sind jetzt im Grunde zehn Jahre zusammen. Und wenn dann so die Zeit langsam näher rückt, dass man sagt, er geht dann in Rente und ist dann nicht mehr dabei. Das ist schon komisch, weil es ist eine lange Zeit, die wir zusammengearbeitet haben. Also ich merke ihm an, dass er jetzt auch langsam ruhiger wird, dass er, man merkt halt sein Alter an. Er wird elf Jahre dieses Jahr und das merkt man ihm schon an und er hat seinen Dienst gemacht. Er war im Rauschgiftbereich sehr erfolgreich und ich gönne ihm das auf alle Fälle. Er hat es verdient und ich denke, das tut ihm auch gut. Komm hier, komm. Heute ist der Tag, auf den Rüdiger und Champ über ein Jahr hingearbeitet haben. In Oslos legen die zwei die offizielle Diensthundeprüfung ab. Besteht Champ, darf er ab morgen mit Rüdiger zu Einsätzen rausfahren. Fuß, Fuß. Vor der Zeit Oberkommissar Müller mit Champ zur verlorenen Suche angetreten. Der Hund verweist die Gegenstände durch Platz. Ja, okay. Fuß. Champ findet die verlorenen Gegenstände schnell und legt sich ordentlich ab. Für die Prüfer Burkhard Wode und Uwe Böker geht es vor allem um die Verlässlichkeit des Hundes. Im zweiten Prüfungsfach der Unterordnung darf Champ sich auch von Schüssen nicht ablenken lassen. Im Polizeialltag warten draußen nicht nur nette Menschen auf das Team. Wird Rüdiger angegriffen, muss Champ ihn ohne zu zögern verteidigen. Halt, Polizei! Bleiben Sie stehen! Bleiben Sie stehen! Aus! Champ kann nicht nur beißen, sondern auch kontrolliert wieder loslassen. Das ist die eigentliche Kunst. Den Bösewicht beim Schutzdienst spielt heute der Diensthundeführer Andreas Hille. Na ja, man muss schon aufpassen. Also die Knie, die sind oft betroffen. Heute war er noch human. Ich kenne ihn, da zieht er noch mehr durch. Wenn er so bei 45, 50 Stundenkilometer auf dem Körper aufschlägt, dann ist das schon, geht schon eine ganz schöne Wucht durch den Körper. Sportlich, zielstrebig und selbstbewusst ist er. Ob das für die Dienstmarke reicht? Platz! Bis jetzt ist die Schutzdienstarbeit eigentlich im sehr guten Bereich. Jetzt kommt ein Angriff auf den Hundeführer aus einer Personengruppe heraus und der Hund muss diesen Angriff abwehren. Genau eigentlich wie dieser Überfall hier analog. Aber zum Schutz des Überfallenden, weil der kein Schutzzeug trägt, muss der Hund einen Beißkopf tragen. Dieser Test soll zeigen, ob Champ nur auf die Schutzkleidung reagiert, die er aus dem Training kennt oder inzwischen ein Gespür für gefährliche Situationen hat. Ja, gut da. Feiner Junge. Mach schön auf. Ja, gut. Die Abwehr wird vorzüglich ausgeführt. Der Hund sticht in den Helfer, hält ihn fest. 18 Monate harte Arbeit werden jetzt belohnt. Fröniger Müller und sein Azubi, der eigenwillige Champ, sind zusammengewachsen. Durchsuchung ist okay, Transport ist auch okay. Damit hast du die Prüfung bestanden? Ja. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Feiner Junge, Feiner Junge, ja. Feiner Junge, das hast du gut gemacht, das hast du gut gemacht. Fazit war, dass ich eine Menge gelernt habe, dass die Zeit sehr schnell vergangen ist und dass ich im Grunde mit dem heutigen Ergebnis, super zufrieden bin. Super zufrieden und ich denke mal, dass wir beide ein gutes Team geworden sind in dieser Zeit. Platz. Ab morgen kann es dann losgehen mit der echten Polizeiarbeit für Kommissar Champ. ? ? ? ? ? Oh, oh, oh.